Direkt mal den Clip gespeichert, ja. Nicer Run. Es sind noch über 200 Tickets bei den Gegnern, ja. Nice Sache. Glück haben, kriegen wir vielleicht noch 50 von oder so. Was spielst du denn du gerade? Die SG, oder was? Äh, nö. Ich kann eure Stimmen noch nicht so richtig zuordnen, ich glaub ich mein Daredevil. Ja genau. Ah ja, die ist richtig nice, wenn man sich ein bisschen reingespielt hat. Restlicht deiner Position ist ein feindlicher Panzerjäger im Einsatz. Ja. Einsatzziel Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle. Die Südeflüttung liegt im Kranbauer. Da ist ein feindlicher Panzerjäger, südlich deiner Störung. Wieder 8 zu Charlie. Alter. Einsatzziel Delta ist verloren. Ja, climb. Schrauch, du und keine Muni mehr. Hm. 30. Delta. Südlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Helikopter. Wir haben gerade unter Kontrolle überrestet. Delta. Ich hab wieder keine Muni. Lass mal ne große Runde fliegen, dass ich Muni krieg. So sind wir Da sind noch mal welche. 30 Schuss habe ich. Gleich sind die nächsten 30 drinne. 3032 Da ist ein feindliches Fahrzeug, südlich von dir. Mal wieder. Alter, unglaublich. Achtung, der Feind hat einen Soldaten unseres Teams als HZ geteilt. Oh, das ist sehr schlecht, Alter. Okay, warte, kannst du mich ausrichten? Ein bisschen höher. Da scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein, nördlich feller Position. Aber ich hab 30 Schuss, ich warte bis er ran ist. Okay, jetzt kommt er links. Was denn der, Alter, der schmiert ab. Jawohl, nice. Das ist richtig optimal, richtig optimal. Auf, direkt wieder hoch zu Charlie. Franzi er ist? Okay. Down. Die stehen da immer noch alle rum, Alter. Die stehen da immer noch alle rum. Die raffen es echt nicht, Alter. Wie krass, äh, wie krass. Mein Gott, Alter, 6.501. Richtig nice. Oh, okay. Da hinten drin war. Die raffen gar nix bei Charlie. Wir halten da die ganze Zeit rein, Alter. Die raffen nix. Die gucken immer straight in die Mitte. Die kümmern sich gar nicht um uns. Ja! Die gucken die ganze Zeit einfach nur straight in die Mitte und lassen sich wegholzen. Äh, ja! Die nächste direkt wieder, Alter. Wieder Multikill. Äh, unglaublich, unglaublich dumm die Leute hier. Oh mein Gott. Ja, komm auf jeden Fall nicht hier hoch, Alter. Das wär echt todlich. Transport kommt. Hey, Alter, unglaublich. Bitte lass sie jetzt noch mal alle so bei Charlie hocken. Hey, Charlie ist leer. Oh nein. Egal, holen wir uns den Transport noch. Der will gerade noch mal hochbeier. Best liegt in der Position ist ein gefeindliches Fahrzeug. Wir haben gerade Einsatzziel Delta verloren. Egal, holen wir uns den Transport noch. Der will gerade noch mal hochbeier. Der Transport wurde gerade vom feindlichen Commander als HZ markiert. Alter, unglaublich. Alter. Alter. Zettchopper, Achtung, 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 Achtung. Und ich jetzt am Ende noch mal sterben, Alter. Ja, ja, ja. So krass, dass sie das immer noch nicht unter Kontrolle gekriegt haben mit dem FPS Drops bei der Revolution. Das ist so schnell, das ist echt unklappig. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzer. Hört nicht deiner Position. Ich weiß nicht, ich glaub das hat einfach uns zu viel zu berechnen, wenn da komplett in der Mitte irgendwie was einbricht und auf einmal Kugeln überall durchfliegen, wo sie vorher nicht geflogen sind. Ich glaub das ist einfach zu viel für die Engine, die ist ja eh nicht so perfekt wie jeder weiß. Wettlich deiner jetzigen Position ist ein feindlicher MG-Schütze. Wir hören, Einsatz, Achtung! Ey, das ist so krass grad, die Runde. Äh, echt. Das ist so krass. Transport-Heading. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Die lädt nicht nach, Alter. Das ist so behindert. Ich hab ihn noch gekriegt, ich hab ihn noch gekriegt, Alter. Nice. Alter, was ne Action, Alter. Das war echt ne krasse Runde. Also ich glaub das war echt bis jetzt meine beste Heli-Runde in B4, Alter. Ohne Zweifel. Echt ohne Zweifel. Echt ohne Zweifel. Krass, äh. Ich hab ja schon öfter so über 60 Kills gehabt und so, aber zu eins, das ist halt echt...